Sie haben Schimmel in der Wohnung und deshalb Streit mit Ihrem Vermieter, kennen aber nach wie vor die Ursache nicht? Oder sind Sie in einen Altbau eingezogen und spüren nun gelegentlich einen kalten Zug, obwohl alle Fenster geschlossen sind? Dann macht es Sinn, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bin ein sehr erfahrener Sachverständiger für das Bauwesen aus Gelsenkirchen und ermittle für Sie gerne die Ursache solcher und ähnlicher Probleme. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.